so guten tag allesamt zum zweiten part vom let's play zu minecraft und wir haben jetzt einen titel vorübergehend oder ich sage mal ihr dürft entscheiden was ich so für einen titel nehmen soll also momentan ist es ja rollenleben aber es tönt halt ein bisschen komisch also ja es passt halt nicht so zu rollenspiel und nicht zu leben und ich will nicht nur minecraft leben nehmen weil ja wegen dem respekt vom originalen produkt projekt also wir haben da viel zu viele kühe weil ich natürlich auch nahrung brauche habe ich viele tiere züchtet weil man darf nur zehn tiere oder sollte nur zehn tiere auf einmal haben pro stück ich habe einfach ein bisschen mehr weil ich auch die taverne leite und nahrung brauche kurz hier rein legen heute wollte ich beginnen mit der alchemie und ein bisschen rollenspiel machen ja als erstes mal ich weiß nicht wie man einen saubertisch macht aber ich werde es mal herausfinden ähm ich glaube half steps und eisen und half steps und eine lower router ich weiß es nicht ich habe so lange keine ding mkh gemacht weil ich einfach reichen wie nicht für sinnvoll verhalten minecraft zu op ist und so weiter ich weiß es mal nach mal schauen ob das video dann im video nicht zu sehen ist ähm sollte eigentlich nicht zu sehen sein so mal bei braun schauen wenn er schon braun kommt und ähm braun stand genau und ich dachte schon man müsste es wirklich zuerst farmen so richtig schön farmen so ist der braun stand ok jetzt habe ich noch kurz was für tränke ich machen muss also ich will normales bier und schwarz bier machen am besten wäre trank der feuerresistenz und trank der schwäche naja also redstone ist vertrank der schwäche und ähm vorerstens ist magma creme magma creme kann ich noch nicht also plombier gibt es noch nicht aber ich kann ja das redstone verballern und ich mache einer also brauche ich nur redstone weil zwei und drei sind viel zu wertvoll vielleicht für spezielle anlässe oder so könnte ich die machen ich werde den alchemin test hier öffentlich hinstellen damit er auch für etwas aussieht zum beispiel hier so und zwar natürlich die dinge noch ich müsste machen ja stimmt habe ich jetzt noch nicht ähm drin hab ich glas ja bisschen wow drei flaschen ich müsste wieder glas brennen aber ich habe da sand okay da hab ich ja sand da hab ich sand so ähm ich werde jetzt mal etwas schauen ob so etwas gestohlen wird ich hoffe es ja nicht weil manche sind schon wirklich ein bisschen oh sie sehen irgendwas sie müssen es abbauen oder sie müssen es rausholen oder irgendwas da ist überhaupt das kisten plugin da weil sonst würde ja alles aus den kisten die leute haben einfach keinen respekt so ähm ja die sachen kann ich noch verbrauchen ich gehe noch kurz in den keller ich könnte ein schild hinstellen da ähm ja damit die sf vorgewandt sind weil ich werde immer alles kontrollieren wenn etwas fehlt ich würde sofort melden ich habe keine dinge tja ich ich will es einfach nicht so also das nächste mal schild nicht vergessen dankeschön das sollte eigentlich offensichtlich sein oder? aber ich schreibe es trotzdem hin aber ich schreibe es trotzdem hin er schreibt die ganze Zeit mit mir über MSG äh MSG so geht das nicht weil es leere ähm weil es leere Fläschchen sind ah ich kenne mich überhaupt nicht aus mit Alchemie also als ich da Alchemie das letzte mal gemacht habe war es noch anders das war eigentlich 2011 oder 2010 weil meistens habe ich mit Kollegen gespielt und da haben sie meistens Alchemie gemacht wenn überhaupt wenn ich überhaupt die Tränke mal eingesetzt habe ich habe sie eigentlich immer nur gelagert habe nie eingesetzt so also zwei siebzehn sind drin drei Fläschchen ja also ich will einfach im Projekt nichts keine Griefer und keine Beleidiger und solche Leute wie manchmal Blue also jetzt an dich du schaust es hoffentlich es ist einfach wenn wenn du jetzt zum Beispiel irgendetwas weil du ja Polizist bist irgendwas beschlagnimmst du das so und du Schilder hinterstellst oder die ganze Zeit damit nervst dass ich antworten soll oder so ist nicht so gut also hab bisschen Geduld und ähm sei ein bisschen netter weil meine Polizei ist nicht gerade sofort böse zu einem nur weil er vielleicht irgendwas mit Drogen erzählt hat oder so ich hab eben äh erzählt dass meine Pilze Drogen beinhalten und dass ich die Hand ja mal äh verticke und ja das ist halt nicht so das geplante also dankeschön wenn du es umsetzen würdest so ja hier ist auch mal der coolmanns Haus er war wieder kurz da seitdem leider wieder nicht mehr aber ja er hat da eine Brücke gebaut gut closed und hingesetzt jo und ich hab hier hinten falls ihr sie wahrscheinlich schon gesehen habt bisschen Garten erweitert weil ich brauche auch noch andere Sachen und ja hier müsste ich noch ein paar Seerosen erhintun und für alle die Seerosen sind nicht zum mitnehmen also bitte griff das nicht es wäre sehr nett das sind nur zum drüber gehen die sind steinhart die müssen genau dort bleiben und ähm ja wäre es ja nett vor allem hab ich nicht Bock irgendwo einen Zumpf zu suchen wieder neu zu holen weil man sie auch nicht züchten was war das weil man sie nicht züchten kann was ist das das ist Bucky ja ich sollte das nicht gehen oh Gott ich muss hoch ich muss hoch oh man das ist viel zu tief ja einen okay da ist Erde da sollte ich nicht gehen ich bin schon mal ertrunken im Projekt das war eine das war glaub ich mein einziger Tod das war ganz am Anfang noch da hatte ich wirklich es ist alles verpackt es ist total warte komm ich einfach auf der Seite an das will ich nicht und außerdem ist das Drop verhalten irgendwie komisch ich weiß nicht ob es in der neuesten Minecraft Version einfach so ist dass alles sich zusammen stackt und irgendwie ein bisschen zu oft angezeigt wird und so dass das die Drops eigentlich doppelt oder vierfach angezeigt wird so jetzt haben wir eigentlich genug und wenn es nochmals gegrifft wird muss ich halt wieder tausend Schilder hinstellen auch dass man mein äh ähm 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 Privatquartier meine Insel Privatinsel nicht betreten soll ringsum die Kneipe kann man schon sein und ich werde wahrscheinlich auch irgendwann mal so einen Platz machen irgendwie hier drüben so einen Platz wo man auch draussen sitzen kann und wo er auch ein bisschen verziert ist aber ähm man sollte sich ja da schon ein bisschen privat fühlen oder so und andere auch respektieren und anmelden wenn man bei ihm also wenn man irgendwo bei seinem Privatgelände ähm bleibt also ja ich wollte ein bisschen Rollenspiel machen aber irgendwie haben die anderen keinen Bock da habe ich jetzt zum Beispiel die Schallplatten der Krieg der kann ich überhaupt nicht also bei mir tun die Skelette nie schießen wenn die Creeper vor mir sind das ist so also irgendwie wenn jemand das kann das wäre wirklich super und einfach Projekte zähle eine also mehr nehme ich aber auch nicht an oder ich nehme es trotzdem an wenn es halt unbedingt sein muss weil ich halt auch ein bisschen vielleicht hätte ich ein paar aufhängen will oder so wenn sie nicht schon wieder gegriffen werden aber ja also schönartig sein und nie griffen auf dem Projekt das wäre super ja er hat jetzt auch eine Flagge mhm der blöde ist hier mit seinem Scan den ich ihm gegeben habe also ausgesucht habe oder gesucht habe einfach ich schreibe einfach Blöden weil ähm ich kann ihm duzen ich kann den Wachmann Oberhaupt Präsident ähm man weiss doch nicht was noch alles ist endlich duzen oder was endlich duzen schon duzen ich mache Video und zeige ein wenig den Leuten was ja mitladen gab es schon Video es war wirklich toll ja also vor allem bei uns also bei uns also bei uns das wurde natürlich nur in diesem Land entdeckt schon früher es dank vielen Erfinder oder so eine Erfinderwerkstatt oder das was sollte man machen es wäre richtig cool also wenn jemand neu im Projekt ist oder so es gibt richtig viele Jobs die noch verledigt werden müssen und im Radteil sollten wahrscheinlich dann auch Stellenangebote sein ich hoffe Star und ähm der andere WM möchte das hier haben wir übrigens ein bisschen Experiment hier also Starpuck hat es für mich gemacht weil ich ja keine OP bin ähm dass wir hier das Eisland in Form wandeln in Ebene aber es geht noch nicht so gut also vor allem wissen wir noch nicht genau wie es gut geht und wenn das jemand weiß wie ein Biome ändern kann mit Worldedit der bekommt wirklich einen Sonderbonus wenn er mir das sagt oder Starpuck im Server und ja weil schaut mal die Insel die ist so richtig klein also viel mehr Gebäude hat nicht Platz und es wäre nämlich richtig nice wenn hier ähm halt weniger Schnee oder kein Schnee ähm fallen würde damit hier nicht alles weiß bleiben wird ja hier drüben wäre sonst dann eine ähm Tundra ist das ähm ohne Schnee weil Tundra irgendwie wie früher waren sie immer mit Schnee und jetzt sind sie plötzlich wieder äh sie waren mal ohne Schnee und dann waren sie mit Schnee und dann waren sie wieder und ohne Schnee und es gibt jetzt wieder eine besondere irgendwie eisige Tundra glaube ich ja so ah sieht das schön aus sieht der Turm schön aus oh ist das schön also der Server hat mich sofort in die Bann gezogen gezogen auch weil ich auch ein Projekt starten wollte einen eigenen Server und so aber eben finanziell ist das momentan nicht möglich und ähm ah muss ich noch holen sollen hab keins ich hab wieder nicht gefällt vier Bretter reichen oh Gott du brauchst nicht mehr weg Mensch und seinen Karten ah Grundstück oder was ah Karten Karten okay also oh nicht Kaktus nicht Kaktus so ah hier könnte ich auch was anpflanzen ähm ich wollte eine Werkbench holen nicht ein Holz musische Kräfte ich bin zu faul ich sollte nicht so rennen aber ich sollte gleichzeitig auch ein bisschen spurten so weil wenn man eine Zeit lang rennt dann fühlt man viel Hunger und ähm ja ich möchte nicht so viel essen also ich hab einfach keinen Bock die ganze Zeit zu essen das ist und dann will ich so wenig rennen wie möglich bin unterwegs war ja weiter weg so dazu müssen wir hier rein Falltür nehmen die endlich mal offen ist und offen bleibt hoffentlich solange es hier ist damit wir auch das ein bisschen erkunden können geht man hier rein hier nach links U-Bahn ist der überhaupt hier unten ich sehe nicht den Namen da ist er jetzt schon in der nein ist das dort eben ich dachte schon so ähm ich bin gerne mal vorne ich kann ja gar nicht so ja wie ihr seht ich hab ihm empfohlen vom Mossy Stone noch dazwischen machen Mossy Stone Brick und ähm und das sieht richtig gut aus und da mit dem Holz also er wird wahrscheinlich auch ein bisschen Holz dazwischen machen jetzt wird er ein bisschen abreissen oder so oder er macht es einfach nicht so häufig häufig keine Ahnung lassen wir uns überraschen also ich hab ihm nämlich vorher etwas geschenkt ich wollte es wieder anschauen also ob es schon alles genommen hat ne ist auch offen cool also Mark Sengsos macht den Namen aller Ehre er ist wirklich ein Wachmann er macht alles zu und so was ich ja nicht kann weil ich eine Insel habe und nur ein kleines Wiesing oh Gott ja da unten da unten da unten oh was macht er jetzt hier ok wahrscheinlich hat er ein bisschen zu viel Half Steps gehabt ich will hoch ich will hoch ich will hoch hm so jetzt sieht man das auch mal also er hat hier Tisch und unten halt ähm sein Lager mach mal auf er kann aber gar nicht runter kann gar nicht runter hm 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 ja und hier hat er so einen Weg zum Pier gemacht Sandbank Pier was ist da? Boote ok das kann man jetzt aufmachen aber es ist leider ein bisschen schlecht hier mit dem Boot zu fahren deshalb ja oh jetzt legt's oh das war glaube ich ein bisschen Frebs das ist und jetzt ist hier zu jetzt kann man hier nicht denken dass ich durchs Haus oder hinten durch ja hier ist meine Walzen die also ich hab die hin gegeben es ist moment gerade ein bisschen Frebs am lecken tut mir leid ja ist ja sehr gut fremig fremig ich hab 70 FPS und plötzlich innerhalb von Millisekunden nur noch 2-3 FPS und dann wird es 70 oder so ich glaub kaum dass das mein ähm Ding ist mein PC also ich also ich denke ich hab früher auch immer solche Drops gehabt von Frebs und ja jetzt geht's ja wieder also das könnte nicht mein PC sein oder Java oder Minecraft so also ähm ja hm könnten mal in den Neffe gehen aber ich hab zu wertvolle Sachen und ah der Neffe müsste auch neu sein Danke sehr toll weißt du sehr toll wirklich sehr toll sind wirklich mal wieder sehr toll ich hab doch keine Rüstung an ich hab's auch wissen müssen LOL das war ein Adrenalinkick sondermassen weil ich hab so Angst um meine Spitzhacke weil natürlich müssen die Gegenstände 20.000 Kilometer durch die Luft segeln und irgendwo runterfahren das ist immer so also irgendwie sollte ähm greift der jetzt an der greift nicht an geht mal weg geht mal weg also ich denke ähm okay da war erst kurz eine ich will aber hoch hallo ist natürlich schlecht also ähm man muss irgendwas mit Neffe machen dass man am Portal nicht angegriffen wird weil das ist schon heftig also das ist schon böse das ist schon böse wenn man reingeht und sofort angegriffen wird und halb stirbt ich müsste jetzt mal eine Diamant-Rüstung machen mit Verzauberungen und allem möglichen mit meiner Spitzhacke mit meiner Spitzhacke geht es schon sehr wo ist jetzt das Portal mal ach das ist immer blöd wenn hier plötzlich Ding ist da ist nicht das Portal sind wir zu weit wie viel dauert sich ach ich muss ein bisschen Quas abbauen ich will wieder Level 30 sein und dann die Diamant-Prostflatte für Zauber Was auch blöd ist, dass das Feuer, also die Lava so extrem schnell geht, also ich weiss nicht, wenn sie das gemacht haben oder das schon immer ist, ich habe jetzt nicht geachtet. Vor allem ist das schon hardcore, wie schnell das geht, da hat man ja manchmal richtig Fails mit dem Balancing, das Partei müsste unten drunter sein, ist das da drüben, Ah, da kommt man nicht drüber. So, hier ist dann das Ding, eigentlich sollte der Kack stecken, zum Portal führen, also ich stecke ihn einfach in Reihe, oh mein Gott, ich wollte eigentlich jetzt das Video langsam wenden, aber wenn ich das ein paar Tage nicht finde. Es muss doch da sein, oh je, das ist wirklich schlimm im Neville, ich möchte eine Map, Mini-Map. Wo führst du eigentlich hin zum Portal? Okay, zur Festung, da muss ich zurückgehen, ich kenne die Map nicht, ja jetzt nicht mehr. Eigentlich wollte ich ja Magma-Cream holen, aber weil die so selten sind und vor allem in dieser Festung nicht, lasse ich das mal für diese Folge. Da drüben bin ich so weit weggegangen, ah ja, wahrscheinlich wegen dem Fliehen, also nach dem Fliehen bin ich ja runter, da drüben dann. Ja, hier ist das Portal, das kommt mir bekannt vor. Also, eben, nein, es ist wirklich nicht gut, wenn wir, und hier hat jemand Löcher gemacht, das ist auch nicht so gut. Also beim Farmen sind manche wirklich Schweine, machen alles kaputt hier. Ah, ich war einfach nur auf der falschen Seite des Berges. So, also, dann wende ich das Ding und bis zum nächsten Part. Dankeschön fürs Zuschauen. Tschüss. ... ... ...